Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Top-Verdiener-Podcast. Heute bin ich mit Sebastian Siedlecki hier am Start. Hallo zusammen. Mein Name ist Philipp Kleutkind, für alle, die dies noch nicht wissen. Und wir sprechen heute über das Thema Workations und Urlaub. Ah, das kommt ja wie gerufen. Ich muss sagen, das Intro war sehr zaghaft. Ich weiß nicht, was heute mit dir los ist. Aber Workations und Urlaub finde ich ein sehr, sehr gutes Thema. Nicht nur, weil wir ja im Begriff sind, auf ein Workation zu fahren. Sag doch erstmal, was ein Workation ist, bevor wir jetzt hier mit komischen Begriffen um uns... Ja, also Workation kommt vom englischen Vacation, also im Prinzip die Übersetzung für Urlaub und Work, also Arbeit. Und das wird kombiniert. Das heißt, man fährt an einen schönen Ort sozusagen, in der Regel irgendwo ans Meer, in die Berge, was weiß ich. Auf jeden Fall nicht zu Hause und arbeitet dort dann aber. Kombiniert es aber mit den Annehmlichkeiten des Lebens, sag ich mal. Also man kann schwimmen gehen, man kann Sport machen, man kann eine Sauna haben, essen gehen. Diese Sachen, die man sonst halt eher im Urlaub machen würde. Genau. Also ich bin ein großer Fan von Workations. Wir machen das ja auch tatsächlich sehr regelmäßig. Weil unter anderem ich und Philipp, wir wohnen 300 Kilometer voneinander entfernt. Wir sehen uns, keine Ahnung, so einmal im Monat. Vielleicht ein bisschen häufiger, vielleicht ein bisschen seltener. Und da sind einfach Tage, wo man sagt, okay, man verbringt mal morgens bis abends zueinander zusammen. Man hat auch so ein bisschen die Möglichkeiten, ja, nochmal eine deepere Connection aufzubauen und sowas. Das ist alles, was da reinspielt, weil wir sind halt keine Roboter. Wir sind schon sehr gut befreundet und diese Freundschaft will ja auch aufrecht erhalten werden. Plus, es kommt dieses Thema auf den Tisch. Man kann strategische Entscheidungen treffen, man kann komplette Änderungen machen. Oder man kommt mal aus dem Alltagsgeschäft raus und kann an Weiterentwicklungen arbeiten. Also Workations sind tatsächlich oft bei uns die Zeiten, wo entweder große Entscheidungen getroffen werden oder große Veränderungen verarbeitet werden. Dass wir sagen, okay, wir kriegen das halt im Tagesgeschäft nicht unter. Lass uns mal treffen. Das Tagesgeschäft, das kann auch mal ein bisschen so auf Sparflamme laufen und dann setzen wir das gemeinsam um. Genau, also vielleicht erstmal ganz kurz einen Überblick. Dann können wir nochmal konkreter darauf eingehen, welche Arten von Workations kann ich überhaupt haben. Also es gibt halt einmal die Sache, was ich ganz gerne mache, ist, ich habe halt Familie, Kinder, Frau und fahre gerne in Urlaub, aber ich kann nicht ständig freimachen auf der Arbeit. So, was mache ich dann? Ich habe für mich da einfach die Mitte gefunden und sage, dann lass uns halt in Urlaub fahren, aber ich block mir ein paar Stunden am Tag zum Arbeiten. Das ist jetzt weniger dieses fokussierte Ding, was du gerade angesprochen hast, sondern das ist eher dieser Kompromiss. Ich kann halt trotzdem meinen Urlaub machen, kann Zeit mit meiner Familie verbringen und trotzdem arbeiten und alle sind happy, wie man so schön sagt, happy wife, happy life. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Das wäre die eine Art. Das macht man dann eher alleine, für sich, mit Familie, mit Freundin, mit bestem Kumpel, keine Ahnung. Dann die andere Sache ist, man macht es komplett extern. Also es gibt so Sachen als bezahlte Angebote von verschiedenen Coaches und Leuten, die Konferenzen organisieren, die dann sagen, hey, wir haben 20 Plätze, wir haben ein super geiles Haus auf Mallorca und für XYZ Euro bist du dabei. Wir haben vielleicht sogar noch zwei, drei interessante Speaker, wir haben gutes Essen, wir haben ein Swimmingpool und wir haben ein Oberthema, dass man zum Beispiel sagt, okay, dieses Angebot ist für Amazon-Verkäufer, für Online-Marketer, für Kursersteller, für was auch immer. Und dann hast du die Möglichkeit, dich da zu connecten. Oft ist es so, dass man vielleicht mit einem Freund zusammen das bucht, aber dann kennst du halt nur ein oder zwei Personen und die anderen 18 Personen, die mitfahren, hast du halt noch nie gesehen, die lernst du da kennen. Das ist die andere Variante. Und die dritte Variante, die ich kenne, ist halt, dass man so eine Art entweder kleine Mastermind macht, selbst organisiert mit vier, fünf Leuten, die du aber schon gut kennst. Oder halt eben mit Geschäftspartner oder Geschäftspartner und Umsetzungsteam, Angestellten, was weiß ich, dass du mit deinem Team oder mit deinem Geschäftspartner irgendwo hinfährst, um ganz konkret was umzusetzen. Ja, sehr schöner Überblick. Mein Vorschlag wäre, dass wir von hinten nach vorne arbeiten. Das heißt, erst gucken, wie es mit Geschäftspartnern oder einer Mastermind ist, die man schon kennt. Als zweites gucken, wie so eine Workation aussieht, wo man halt mit, keine Ahnung, einer organisierten Workation, wo man halt mit 18, 20 Unternehmern zusammen ist und am Ende das Urlaubsthema aufgreifen, weil erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, können wir gerne so machen. Dann gehen wir doch mal inhaltlich in das Thema rein. Workation mit Geschäftspartner. Das ist ja das, was wir kennen, was wir auch jetzt tatsächlich im Anschluss an diese Aufnahmesession schon in Aussicht haben. Wir fahren nämlich da heute noch los. Wie sieht sowas aus und wie kann man sowas planen? Also eigentlich relativ einfach. Wir sind dann immer so stumpf und gehen auf Airbnb, suchen eine Unterkunft, die sehr gut aussieht, weil wir dann sagen, okay, wenn wir schon den ganzen Tag arbeiten, dann wollen wir da auch ein bisschen Luxus haben. Und achten halt auch oft darauf, dass es ein bisschen in der Natur liegt. Diesmal fahren wir zu einem See, da gibt es aber auch, keine Ahnung, eine Sauna und ein Schwimmbad und alles. Man kann sich halt auch wirklich da gut die Freizeit vertreiben. Und so ist es letztendlich bei uns. Das heißt, wir sprechen miteinander, sagen, okay, hey, lass uns das mal wieder machen aus Grund XYZ. Meistens haben wir ein Anliegen vorher. Diesmal ist es, weil wir Amaclick umstrukturieren möchten und den Amazon FBA-Part von Philipp auch nochmal anpassen möchten. Philipp hat ja seinen Blog, Link in der Beschreibung. Und da möchten wir einfach ein bisschen strategische Arbeit reinstecken und dann halt auch direkt im Anschluss die ersten Switches, die ersten Änderungen tatsächlich dann halt auch vornehmen. Und das war sozusagen für uns der Ansporn, New Location zu machen, weil im Alltag kriegen wir es nicht unter. Wir haben da schon echt häufig drüber gesprochen, die Änderungen zu machen, die wir geplant haben oder von denen wir uns wünschen. Da war es aber einfach so, dass wir das im Alltag nicht untergekriegt haben. Ich hatte keine Zeit, Philipp hatte keine Zeit. Und selbst wenn wir es gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich nicht in diesem Einklang gewesen, den wir jetzt bei der Workation hinbekommen, wo wir sagen, okay, man hat Instant Feedback, der andere ist da, man kann ihn erreichen, man kann ihn Fragen stellen oder man entscheidet halt auch einfach zusammen. Genau und ich finde es halt auch immer super, mit einem konkreten Projekt dahin zu gehen. Also dass man sagt, ich habe, was weiß ich, egal, ein E-Book, einen Kurs oder eine Umstrukturierung und ich habe jetzt vier Tage Zeit zum Beispiel, dass man dann einfach sagt, ich möchte, dass, wenn ich am letzten Tag nach Hause fahre, das online geht oder das E-Book fertig geschrieben ist oder was auch immer. Also egal, was dein Projekt ist, das spielt gar keine Rolle, definier es vorher. Du kannst natürlich dann da auch nochmal brainstormen, was die konkreten Inhalte angeht oder so. Aber sag einfach, okay, Ziel ist es XYZ und das soll dann bitte erledigt sein. Oder das Minimum ist, dass das erledigt ist. Und das funktioniert für uns tatsächlich sehr gut, weil es gibt dieses Konzept von Sprint, nennt sich das. Es ist genau das, dass man sich einen festgelegten Zeitraum nimmt, weil es ist so, die Arbeit dehnt sich immer so weit aus, wie man ihr Zeit lässt. Gibt es auch ganze Bücher drüber und dann kriegt man halt einfach viel mehr umgesetzt. Plus, man hat natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, wenn man möchte, weil in dem Moment fahren wir jetzt auch mit Absicht ohne Familie dahin. Das heißt, wir sind da wirklich alleine. Wir können, wenn wir das möchten, bis spät in die Nacht arbeiten. Wir können beim Essen über die Arbeit reden, ohne jemanden zu nerven. Wir können sogar am Strand über die Arbeit reden, ohne dass halt irgendwie Rücksicht genommen werden muss auf Privates, ist, dass man sagt, ja komm ey, wir können nicht die ganze Zeit über die Arbeit reden, interessiert ja auch außer uns beiden niemanden. Genau. Genau, und das ist ja auch im Endeffekt der Zauber davon, dass man sich die Zeit nimmt, die Flexibilität nimmt und mal diesen ganzen Alltagsstress aus dem System bekommt und dann viel mehr Freiheit, viel mehr Möglichkeiten sieht. Und deswegen ist es auch ein wichtiger Part in diesen Vocations, nicht nur zu sagen, okay, wir haben da eine Aufgabe und wir arbeiten bis zum Umfallen an dieser Aufgabe, die soll schon fertig werden. Aber es ist super wichtig, da auch Sachen einzubringen, die einfach Spaß machen, wo man weiß, okay, ich zum Beispiel habe ein Gesellschaftsspiel eingepackt, weil wir beide, also ich noch mehr als Philipp, aber Gesellschaftsspiele gut finden, immer so ein bisschen kooperativ. oder halt auch gegeneinander, wir sind da beide Gewinnertypen und ich glaube, das ist man als Unternehmer auch einfach. Und auf solche Sachen darf man nicht verzichten oder bei uns ist halt auch viel Natur, draußen frische Luft, Sonne oder sowas, wo man sagt, okay, man kann die Gedanken mal schweifen lassen, um wieder neue Energie zu tanken, die nächste vier Stunden, acht Stunden Session durchzuziehen. Und dass man so einen sehr schnellen Wechsel von, okay, Spaß, Arbeit, Spaß, Arbeit, Freiheit, freier Kopf und wichtige Themen und Entscheidungen hat, das sollte man meiner Meinung nach dabei beachten. Deswegen habe ich auch eben gesagt, wir legen immer sehr viel Wert darauf, dass das Ganze hübsch ist, dass wir uns da wohlfühlen, weil nur wenn alles andere geregelt ist, können wir umso tiefer arbeiten. Ja, und ich finde, man kriegt auch einfach extrem viel produktiv umgesetzt, weil nebenbei Sachen machen, das zerstört den Fokus einfach. Und wenn man halt noch entweder ein anderes Business, so wie wir beide hat, oder noch Freelance-Aufträge nebenbei und noch Familie nebenbei und keine Ahnung, dann klingelt der Postbote, dann was weiß ich, was da noch alles sein kann, das zerschießt es halt auch einfach. Und man bekommt einfach viel, viel mehr geschafft dann in derselben Zeit, wie man zu Hause schaffen würde. Und das ist wirklich ein großer Punkt. Plus, man bekommt halt nochmal Input. Also wir beide sind auch stark da drin, unsere Ideen einfach mal über den Haufen zu werfen und am Ende haben wir dann was ganz anderes gebaut. Aber dann ist es auch okay. Also wir haben dann ein Ergebnis und dann ist es vielleicht nicht das, was wir vorher dachten, dass das Ergebnis wäre, sondern es ist ein neues Ergebnis, aber ist ja okay. Also man hat auf jeden Fall was geschafft dann. Genau. Und das ist ja auch irgendwo der Zauber, weil diese Klarheit zu finden, ich glaube jeder, der Freelancer ist, selbstständig ist oder so ein Kleinunternehmer vielleicht eine Halbtagskraft oder so hat, der kennt das. Man sitzt in seinem Kabuff, man sitzt vor seinem Laptop, guckt ganze Zeit auf diese 13, 15 oder meinetwegen auch 34 Zoll und denkt nur für sich selbst, spricht nur mit sich selbst und hat halt keinen Input von außen, dass man sagt so, boah, ich stecke hier einfach im Matsch fest und komme mit meinen Gedanken kein Stück weiter. Man dreht sich im Kreis und bis einer da mal sagt, hey, nehm, dir liegt eine Leine, nimm die doch einfach in die Hand und dann zieh dich da raus. Ach ja, boah, wie intelligent ist das denn? Und so ein Input oder einfach auch dieses, ja, jetzt heul nicht rum, mach das halt, sind manchmal solche Aussagen, die man braucht. Weil gerade wir sind also, man ist als Mensch oft einfach so, ja, man ist bequem, man möchte das nicht oder man weiß, es wird einem richtig gut tun, wie zum Beispiel Sport, man weiß, das tut einem richtig gut, aber boah, mit Sport anzufangen und dann da hinzugehen und dann ist das anstrengend und man malt sich im Kopf ja viel schlimmere Sachen vor und wenn dir dann einer sagt, ey, ganz ehrlich Sebastian, lass uns das zusammen machen oder mach das jetzt halt einfach, weil du weißt, dass du es willst und das gut für dich ist, es macht halt einen großen Unterschied. Und das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, an den wir anknüpfen können, weil damit kommst du automatisch auf die bezahlte Workation, die wir eben angesprochen haben. Darf ich, bevor wir wechseln, eine Sache, die ich dir noch empfehlen kann, die ich und Philipp eigentlich relativ häufig machen, wir haben eine grobe Ahnung, was wir am Anfang von unserer Workation machen und schreiben das meistens auch an einem Whiteboard oder irgendwie auf einem Zettel, je nachdem, was wir dabei haben. Und da sind immer Sachen, die nennen wir dann Quick Wins. Das sind so Aufgaben, die man innerhalb kürzester Zeit erledigen kann. Keine Ahnung, ein Pop-up-Fenster aktualisieren, irgendwelche Einstellungen machen oder so oder keine Ahnung, sei es nur eine Headline zu ändern, das dauert alles nicht lange. Und wenn man dann sagt, okay, diese Quick Wins setzen wir ganz am Anfang und nehmen uns vielleicht eine Stunde Zeit, nachdem wir gebrainstormt haben, um an diese ganzen kleinen Aufgaben schon mal ein Häkchen zu machen, das gibt ein unglaubliches, positives Gefühl, weil man da schon das Gefühl hat, man hat super viel geschafft und das nimmt natürlich auch diese, also zwingt sich dann später diesen Fokus auf diese Hauptaufgaben zu machen. Und ich würde das auch nicht in die Länge ziehen, sondern wirklich zu sagen, okay, was sind hier die 2-5-Minuten-Aufgaben, die wir jetzt sofort erledigen können, die uns ein gutes Gefühl geben. Und die zum Anfang, nach dem Brainstorming zu erledigen, hat sich für uns als richtig guten Motivator gezeigt, dass man da richtig schön in diese Work Session reinkriegt. Und wir beenden es sogar genauso ganz oft. Wir gehen meistens mit Hausaufgaben nach Hause, die aber sehr klar strukturiert sind, also wo wir dann die paar Tage durcharbeiten und dann am Ende sagen, okay, und du baust jetzt bitte noch die 2 Landingpages, über die wir gesprochen haben, du machst noch das E-Book fertig, meistens geben wir uns selber einen Termin dafür, der auch relativ kurz und knackig ist, so Ende der nächsten Woche oder was weiß ich, also sagen, okay, wir haben ja jetzt alles gearbeitet und das sind hier irgendwie die 3-4 Punkte, die uns noch fehlen, die aber sehr konkret sind, wo wir sagen, okay, jeder kriegt die Hälfte, du machst das, ich mach das, alles klar und dann sind wir in der Woche mit dem ganzen Thema durch. Genau. Und dann macht man noch einen Abschlusscall, wo man sagt, okay, hey, lass uns in der Woche die Ergebnisse besprechen, das Ganze nochmal Revue passieren lassen, weil man hat da auch oft den Spaß, schaut mal ein bisschen tiefer ins Glas und spricht einfach nochmal über die Zeit und gibt dem Ganzen so ein Resümee, was auch dazu führt, dass man jetzt über das nächste Thema sprechen kann. Genau. Das nächste Thema wird auch gar nicht so breit getreten werden wie das hier, weil es ist schon sehr ähnlich, aber das ist halt eben diese bezahlte Vacation oder muss nicht zwangsläufig bezahlt sein, aber zumindest nenne ich es mal fremd organisiert. Wir hatten eben gesagt, so vielleicht 20 Unternehmer oder so, mit denen du dann da bist, Selbstständige. Du gehst entweder alleine dahin oder oft halt mit ein, zwei Freunden. Ihr bucht das Ganze. Von der Sache her auch wieder schöne Location, gutes Essen, Freizeitmöglichkeiten, alles sehr ähnlich. Oft ist es so, dass jeder hier entweder sich selber noch einbringt mit einem Thema. Das heißt, jeder hat ja ein Fachthema. Du wirst ja auch ein Fachthema haben, in dem du dich gut auskennst. Dann kannst du anbieten, auf der Vacation darüber zu sprechen, anderen dabei zu helfen oder andere zu unterstützen in diesem Fachbereich. Und oft werden aber noch zwei, drei, ja, ich nenne es mal, richtige Experten eingeladen, die dann da irgendwie Vorträge machen oder Workshops und irgendwie unterstützen. Gleichzeitig riesen Networking-Chancen, weil du ja die ganzen anderen Leute nicht kennst. Da kannst du halt Connections bekommen, kannst du irgendwie von denen dann neue Tools kennenlernen, neue Lieferanten kennenlernen, was weiß ich, Know-how-Input und gleichzeitig, ja, dich vernetzen, dass du vielleicht auch später zu einem anderen Zeitpunkt mit denen mal intensiver noch was zusammen machst. Nicht mit allen 18, aber vielleicht sind ja ein, zwei dabei, mit denen du dich super verstehst, die du richtig gut findest, die Know-how haben und dann kann man da dran anknüpfen. Und das ist halt was, wenn dir die Ideen ausgehen, wenn du selber vielleicht sagst, boah, ich bräuchte jetzt einfach mal externen Input, ich laufe hier gegen eine Wand, ich komme hier einfach nicht weiter an der Stelle, ist sowas perfekt. Insbesondere, wenn du keinen Geschäftspartner hast, wie wir beide jetzt sind oder auch gar keine Mastermind hast, noch gar nicht so eine Unternehmer-Gang hast, wo du weißt, okay, auf die kann ich zählen, mit denen kann ich sprechen, da habe ich Leute, wo ich Input bekomme. Auf solchen Workations kannst du genau die Leute finden. Und ich weiß, es ist immer ein bisschen komisch, bei sowas sich alleine anzumelden, aber letztendlich ist es genau das, was einem Kontakte bringt. Und wenn du bei der ersten vielleicht alleine bist und... klassische Komfortzone. Genau, und dann lernst du ja 18 Leute kennen und bist bei der zweiten halt nicht mehr alleine. Und das ist halt auch ein super Hebel, um da einfach in eine Community zu kommen mit Gleichgesinnten, weil das ist nichts anderes als ein Fußballverein. Im Fußballverein sind Leute, die Fußball interessiert sind, die miteinander spielen und Erfolge feiern. So, und auf so einer Workation ist einfach ein Unternehmerverein, Leute, die gerne arbeiten, sich gerne austauschen und da, ja, Netzwerke bilden. Das darf man da gar nicht so eng sehen. Und eventuell hat das ja auch noch steuerliche Vorteile. Möglich. Ja, das ist auch möglich. Das ist so. So, damit wir das Thema jetzt nicht so abhaken und gleich zum nächsten überspringen, erzähl mir doch mal deine, ja, beste Workation-Geschichte. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Was ist dir am heftigsten in Erinnerung geblieben? Und dann hau ich gleich auch nochmal was raus. Ja, also ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren, noch vor Corona-Zeiten, auf Mallorca. Da waren wir mit einem Haufen Amazon-Händler. Damals über MLS & Friends war das organisiert, kann man ja ruhig sagen, war super. In einem Hotel, alle in dem gleichen. Und da gab es halt auch dann Zeiten, wo wir uns zusammengesetzt haben, wo es freiwillige Vorträge gab, einfach von Leuten aus der Community, die dabei waren. Und wir haben aber auch abends gefeiert. Wir hatten da ein All-Inclusive-Hotel. Es wurde natürlich auch mal was getrunken. Wir waren teilweise abends zusammen essen in der Stadt. Wir haben, ich kann mich erinnern, dass mit Leuten, mit denen ich bis heute in Kontakt bin, haben wir die Nacht durchgemacht und saßen morgens, irgendwie um 6 Uhr morgens am Strand und haben den Sonnenaufgang zusammen geschaut. Es hatte mit Business zu dem Zeitpunkt dann auch gar nichts mehr zu tun, aber es war einfach super. Und da baut man einfach Beziehungen auf und das ist halt im echten Leben. Und auf die kann ich mich bis heute verlassen und ich kann auch sogar in Euros gar nicht sagen, wie viel ich schon davon profitiert habe, wie viele Aufträge und Empfehlungen ich bekommen habe. Da waren Leute dabei. Mein größter Freelance-Kunde, wo ich heute noch regelmäßig arbeite, der war dabei. Also ja, einfach super nützlich, super tolle Erfahrungen, viele Freunde gefunden. Ja, macht einfach Spaß. Ja, also wenn er Philipp sucht, der ist mal wieder auf Malle. Wie lange ging das? Das war tatsächlich sehr lang. Das waren, glaube ich, sechs Tage, fünf Tage? Ich kann es gar nicht genau sagen. Fünf, sechs Tage. Also war ein längerer Zeitraum. Und was hat das gekostet? Das war zu dem Zeitpunkt schon eine Gruppe von Leuten, die sich so lose vorher kannten. Und da hat jemand das freiwillig organisiert. Das heißt, das war Selbstkostenpreis tatsächlich. Oh, das ist ja mega. Jeder hat seinen Flug selber gebucht und bezahlt. Das Hotel wurde organisiert und man musste sich dann da anmelden. Aber das hat halt so viel gekostet, wie eine Woche Mallorca im All-Inclu dann halt kostet und kam nichts obendrauf. Ja, das ist mega. Also gibt es ja auch tatsächlich öfter, dass das halt organisiert wird. Ich glaube gar nicht, dass das so ein krasses Geschäftsmodell ist, sondern dass das eher so ist, wenn ich das schon mache, dann muss, keine Ahnung, ein bisschen was bei mir hängen bleiben. Hatten wir ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen, über dieses Launch-Thema, dass wir gesagt haben, okay, hey, wir wollen acht bis zwölf Leute und wenn da nicht irgendwie 7.000 Euro hängen bleibt, dann spare ich mir die Arbeit und den Stress. Aber ich glaube, da geht es auch mehr um die Erfahrung, weil ich habe früher, jetzt kommt meine Workation-Geschichte, ich habe früher meinem Coworking-Space in Ägypten ausgeholfen und da haben wir sowas nämlich organisiert. Also ich habe da auch schon die anderen Seiten gesehen und da war es halt auch so, das war nicht super profitabel, hat aber natürlich Werbung für das Coworking-Space gemacht und wir haben so ein bisschen Leute in unsere Community gezogen. Und das war super spannende Zeit, einfach zu erleben, wie das Ganze funktioniert, wie das so organisatorisch ist, weil das ist schon viel Arbeit, das wurde dann halt an die freiwilligen Mitarbeiter abgedrückt. Damals, als ich noch jung war und das freiwillig gemacht habe, ja, da war das halt okay, war der Stress okay. Hat aber auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel Leute wie Philipp kennengelernt habe und ganz viele andere Leute, mit denen ich heute noch in Kontakt stehe und wo ich mich einfach unglaublich freue, dass ich das erleben durfte, weil am Ende des Tages weiß ich nicht, wie viel Geld mir das eingebracht haben, weil wir haben jetzt ein Geschäft, wir haben eine Firma, die hat Mehrfamilienhäuser im Bestand und alles Mögliche so. Man darf das nicht unterschätzen, was so Connections und was so Workations bringen können, auch wenn man sagt so, oh, ich habe mein E-Book, was ich fertig schreiben wollte, gar nicht fertig geschrieben. Ich habe nur 18 Top-Unternehmer kennengelernt, mit denen ich mich jetzt für immer unterhalten kann. Ja, also das ist wirklich, man kann, das hilft dir bei, wenn du, keine Ahnung, Kapitalgeber suchst, wenn du Jobs suchst, wenn du Fachwissen suchst, wenn du Tools suchst, also egal in welche Richtung, das ist einfach unglaublich wertvoll. Ich vergleiche das gerne mit Konferenzen. Eigentlich hat das denselben Effekt wie eine Konferenz, aber es ist wie ein Verstärker. Eine Konferenz ist halt ein Tag, maximal zwei. Das ist ganz nett, das kann man mal machen, das ist hilfreich, aber so eine Workation, die multipliziert das einfach nochmal Faktor 10. Also die ist einfach viel intensiver und viel krasser. Ja. Ja. Genau. Und jetzt zum Thema Urlaub mit der Familie und dabei arbeiten. Warum sollte man das überhaupt machen? Ja, also hier sehe ich halt den Vorteil, wenn man Jobs im digitalen Bereich hat, ausschließlich Homeoffice oder selbstständig ist, Unternehmer ist, dann macht es halt aus meiner Sicht keinen Sinn, nur, wie man das vielleicht früher von den eigenen Eltern kennt, einmal im Jahr, zwei Wochen Ostsee. So, wenn man ganz viel Glück hatte, vielleicht nochmal eine Woche im Herbst. Ja, das kann man sicherlich machen, aber ich muss sagen, mir persönlich ist das auch zu wenig. Ich fahre total gern in Urlaub, aber ich habe halt auch Arbeit zu erledigen, weil ich habe das hier schon öfters jetzt offen kommuniziert. Ich bin auch noch Freelancer, nicht komplett nur Unternehmer und dann gibt es halt Aufträge, die müssen erledigt werden. So, aber niemand sagt ja, ich muss die von da, wo ich wohne, erledigen. Das heißt, ich kann auch trotzdem meinen Tag so planen, dass ich zum Beispiel, was ich gerne mache, dann um sechs Uhr aufstehe, dann irgendwie vier bis sechs Stunden arbeite und einfach das, was getan werden muss, einfach durchziehe und den Rest von meinem Tag am Strand verbringe. Also, und dann habe ich halt ein wesentlich geileres Leben, als wenn ich irgendwo in Neuwied in meinem trostlosen Büro sitze sozusagen und da vor mich hinarbeite. Und das mache ich halt gerne. Ich glaube, Tim Ferriss hat das mit diesen Mini-Vacations damals angefangen. Vier-Stunden-Woche war das, glaube ich. Genau, vier-Stunden-Woche und das, das finde ich einfach super und das mache ich mehrfach im Jahr. Also, wir machen super viele Städtetrips. Holland ist halt von mir zu Hause nicht weit weg, deswegen fahre ich halt oft nach Holland, weil es muss auch nicht jedes Mal irgendwie die große Afrika-Rundreise sein oder halbes Jahr in Asien, sondern selbst, wenn das irgendwie mal einfach nur fünf bis zehn Tage Niederlande sind, ja, das ist halt trotzdem am Meer, am Strand, es ist ein anderes Land, man kommt zu Hause einfach mal raus, ist einfach schön. Ja. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, weil viele sagen so, boah, du reist und arbeitest nebenbei, wie blöd ist das denn? Aber ganz ehrlich, ich habe Urlauber gemacht, die, also, viel Urlauber gemacht und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Man muss ja irgendwann die Arbeit erledigen, aber da man die Möglichkeit hat, das ortsunabhängig zu machen und wenn man dann halt auch noch die Möglichkeit hat, mit anderen Leuten unterwegs zu sein, dann ist das halt was, was man unbedingt kombinieren sollte. Also, ich war jetzt zum Beispiel zuletzt in Panama für drei Wochen mit Kumpels, wir haben da eine Rundreise gemacht und, keine Ahnung, manchmal habe ich mich dann halt morgens an den Laptop geschwungen, wie du gesagt hast, entweder die anderen haben noch gepennt oder, keine Ahnung, die anderen haben chillig gefrühstückt, eine Wanderung gemacht, jetzt nichts Spannendes, wo ich sage, okay, da wird mein Herz bluten, wenn ich das verpasse, dann mache ich hier vier Stunden und dann ist das wieder gut, aber meine Partnerin konnte da leider nicht mit, so, weil sie ist im Angestelltenverhältnis, sie hat einen ganz normalen Job und sie hat halt nur 30 Tage Urlaub die Woche, so, wenn da 30, wenn da 15 Tage schon vom Flirten gehen, dann ist das viel, so konnte ich mit meiner Freundin jetzt noch nach Polen letztes Jahr oder halt, keine Ahnung, ein Jahr davor waren wir in Ecuador mit derselben Truppe, da habe ich halt auch ein bisschen gearbeitet, Ende des Jahres ist Bali geplant, ich habe Asien drei Monate Rundreise gemacht, das sind alles so Sachen, die hätte ich nicht erlebt, wenn ich ein normaler Angestellter wäre und nicht gesagt hätte, nö, wenn ich Arbeit, wenn ich Urlaub mache, dann mache ich Urlaub und arbeite kein Stück, ja, dann gehen drei Monate Asien-Rundreise vielleicht für den einen oder anderen, aber vielleicht für mich auch, nur nach den drei Monaten muss ich dann so viel aufarbeiten, dass es viel einfacher ist, zu sagen, okay, hey, ich stecke jede Woche mal, keine Ahnung, die 10, 15 Stunden rein. Ich teile das halt auch gerne auf, also, keine Ahnung, wir haben, letztens habe ich mit meiner Freundin da nochmal drüber geredet, wir sind teilweise vier, fünf Mal im Jahr in Urlaub, also, keine Ahnung, wenn Januar erstmal so, oh, nee, alles kalt, alles nervig, neues Jahr, lass mal Woche Urlaub machen und dann irgendwie im März, April ist dann schon der nächste Zeitpunkt, wo man sagt, boah, jetzt muss ich aber irgendwie wenigstens mal ein paar Tage nochmal ans Meer, dann der große Urlaub, sage ich mal, ganz klassisch im August dann irgendwie so ein Sommerurlaub, wobei wir da jetzt auch schon am überlegen sind, ob wir davor nochmal wegfahren, weil es ja doch noch lange hin ist, dann haben wir im Herbst noch einen Urlaub mit Freunden geplant und über Silvester würde ich auch gerne noch wegfahren, das heißt, alleine die geplanten Urlaube sind schon sechs Stück, da habe ich irgendwelche Konferenzen, wie, dass ich noch irgendwie in Prag, München, sonst wo bin, dieses Jahr, arbeiten, gar nicht mitgezählt und das ist genau der Punkt, so macht es halt auch Spaß, so ist es halt einfach. Genau. So, also, deine kurze, eine kurze Urlaubsanekdote von dir. Oh, eine kurze Urlaubsanekdote von mir. Also, wo ich das zum Beispiel gemacht habe, war in Ungarn vor ein paar Jahren, da hatten wir auf dem Hotelgelände so eine einzelne Hütte und das hat sich super angeboten, da konnte man auf der Terrasse den Laptop aufklappen mit gutem WLAN und dann habe ich tatsächlich im Sonnenaufgang die ersten Stunden gearbeitet und meine Familie hat noch geschlafen, dann haben die irgendwann das Frühstück organisiert und dann konnten wir zusammen frühstücken. das war einer der besten Urlaube, die ich je hatte und ich habe richtig was weggeschafft da, weil ich halt trotzdem gearbeitet habe, aber ich war mega entspannt. Wir waren da zweieinhalb Wochen, glaube ich und es war super. Also, ich kann es jedem nur empfehlen und auch, wenn man die Möglichkeit hat, was zu kombinieren, mach's. Also, zum Beispiel, meine Partnerin ist Lehrerin und jeder, der schon mal in der Schule war, weiß, da gibt es auch viele Ferien, was mit... Die arbeiten doch während der Ferien, oder? Natürlich, natürlich. Was mit einem normalen Job fast nicht möglich ist, so viel frei zu machen, also sechs Wochen im Sommer und im Herbst und im Frühjahr und, und, und. Es ist quasi nicht möglich. Und ich habe mir aber vorgenommen, wir können halt nicht immer fahren, zumindest nicht zusammen, weil sie halt eben nicht flexibel ist als Lehrerin, aber sie hat trotzdem drei komplette Monate im Jahr frei und das werden wir nutzen. Du sagst jetzt frei und arbeitet dabei. Ja, und arbeitet dabei. Das erste Mal, dass ich so diese Freiheit gespürt habe und die Geschichte habe ich bestimmt schon hundertmal erzählt, die ist jeder, der mit mir irgendwie telefoniert oder so und wir mal so ins Plaudern kommen, dem erzähle ich das, weil das war für mich so eine richtige Erleuchtung und das hat nicht nur damit zu tun, dass ich in Asien war und von der Buddha-Statur stand, sondern ich und meine damalige Partnerin, wir haben eine drei Monate Rundreise durch Asien gemacht. Sie ist da einfach zwischen zwei Jobs gewesen und hatte die drei Monate Zeit und ich habe halt da gearbeitet. Das war relativ früh in unserer Karriere noch, da haben wir stark das Amazon-FBA-Business aufgebaut und ich glaube, das war tatsächlich sogar der erste Urlaub, der davon finanziert wurde, wo wir gesagt haben, okay, wir können da jetzt von leben, wir machen genug Umsätze und dann sind wir nach Asien geflogen und dann stand ich da vor so einer heftig großen Buddha-Statue. Kennst Buddha, lag so auf der Seite, dicken Bauch, ich so in Bauchnabelhöhe, denke nur so, ja, könnte auch meiner sein und dann gucke ich so auf diesen glänzenden Buddha-Bauch, sehe so, wie ich da so stehe und denke einfach nur so, boah, ist das grad geil, ist das grad geil, hol mein Handy raus, guck so in die Amazon-Seller-App und sehe einfach nur, wie Verkäufe laufen. Genau in dem Moment kam so ein Verkauf rein, Umsatz ist gestiegen und mein Kopf nur so, boah, das will ich nie wieder missen. Dafür habe ich angefangen, dafür habe ich meine Zähne zusammengebissen, anderthalb Jahre, zwei Jahre den Scheiß gerockt, meinen Job aufgegeben und was nicht alles und das war so dieses, vollkommene Gefühl von Freiheit und so, okay, ich habe den ersten Berg beklommen und ich habe meine, ich habe einen Großteil meiner Schäfin in Sicherheit gebracht. Das war einfach nur das geilste Gefühl der Welt. Ich glaube, diese Momente machen es auch aus. Ich erinnere mich, wie ich mit einem Freund von mir, Markus, mal nach Berlin geflogen bin, für einen Tag, am selben Tag wieder zurück und wir waren da auf einer Konferenz und haben uns ein Cabrio gemietet und sind mit lauter Musik Cabrio fahren durch Berlin zu dieser Konferenz gefahren und es war super Wetter und wir hatten einfach richtig gute Laune und es hat einfach so viel Spaß gemacht und das sind diese Momente, ich kann mich ja heute noch dran erinnern und ich dachte, boah, ist das gerade geil, hast du ein geiles Leben und das ist ein Arbeitstag. Ja, also deswegen, man sucht sich ja selber aus und von daher, falls du noch nicht selbstständig bist, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. So, mehr Anekdoten gibt es beim nächsten Mal oder beim letzten Mal. Seht ihr gerne die vorherige Folge an. Abonnier den Kanal und schreib mir gerne in die Kommentare deine beste Urlaubsstory, dein bestes Feeling, was war da bei dir los oder vielleicht auch, wenn du noch nicht so weit bist, den Moment, wie du ihn vorstellst, wie du ihn erhoffst und eins kann ich dir sagen, so geil, wie er in Wirklichkeit werden wird, kannst du ihn gar nicht beschreiben, aber versuch es mal. Genau. In diesem Sinne, genieß deine nächste Vacation, bis zum nächsten Mal. Ciao.